Stadtmagazin TV Termine Am 30. Oktober startet die emotionale und mitreißende Musikshow Men in Black in der Tribüne Norderstedt. Mehr ist mehr Comedy mit Emy und Wilnowski am 31. Oktober im Margaretenhof. Brahms Liebeslieder werden vom Bach-Ensemble der CAU zu Kiel am 1. November im Kulturwerk am See gespielt. Das Symphonische Blasorchester Norderstedt präsentiert das Herbstkonzert Auf zu Neuen Ufern am 8. November in der Tribüne Norderstedt.